Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, ein neues Jahr, ein neues oder mehrere Seasonals. Ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen und das erste Spiel der Gruppe C bzw. der Käfergruppe kompensieren zu dürfen. Ihr seht eventuell, dass mir für dieses Seasonal ein besseres Studio zur Verfügung gestellt wurde, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Es spielen. Infamous gegen die PGM. Infamous dürfte jedem ein Begriff sein, wenn nicht. Es ist quasi zu einem Großteil das alte Core-Team. Damit haben ja sehr viele Spieler, welche schon einige Turniere gewonnen haben, dabei. PGM hingegen ist ein kleineres CIS-russisches Team. CIS steht für Commonwealth of Independence. Dazu gehören Länder wie Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan und so weiter. Die Map ist auf Public-Servern sehr, sehr ungern gesehen bzw. wird ungern gespielt. Die Rede ist von Kursk. Ich persönlich bin sehr gespannt, wie die Map im professionellen Bereich gespielt wird. Gerade bei Infamous sind sehr viele der ehemaligen Panzer-Crews zur WTH gewechselt. Und damit war eine Neubesetzung notwendig. Und diese Neubesetzung werden wir heute sehen, wie gut sie performt. Kursk ist sehr Panzer-Dominant, deswegen sind sie auch so wichtig. Und ich freue mich irgendwie darauf, wie der Meat-Grind leiden wird. Solange das Spiel noch nicht beginnt, können wir uns dann gleich die Map gemeinsam anschauen. Nochmal kurz die Info zusammengefasst. Gespielt wird die Map Kursk auf dem Infamous-Server. Der Stream hat laut Regelwerk einen Delay von 30 Minuten, damit Stream-Snapen von Karnitionen so gering wie möglich gehalten wird. 15 Minuten Delay sind möglich, wenn beide Teams dem zustimmen. Dies war hier leider nicht der Fall. Infamous wird die Achsenseite übernehmen. Das deutsche Team spielt die Deutschen. Und PGM wird die Sowjetunion übernehmen, was dann quasi das russische Team sein wird. Diesmal habe ich auch wieder einen Link zum Reaking-Tool. Das heißt, wir werden oben rechts immer live sehen können, wer gerade am meisten Kills hat. Ich muss hier nur nebenbei auf dem Server sein. Es sind noch nicht alle da. Damit können wir noch mal kurz auf die Map gehen. Gucken wir uns hier mal kurz an. So, ihr seht hier die tolle Map vor euch. Das ist Kursk. Das Wichtigste, oder das, was wir wahrscheinlich sehen werden, ist ein Kampf um die Windmühlen. Das ist... Jo. Warum sind die Windmühlen so wichtig? Ich habe ja bereits gesagt, es ist eine Panzermap. Es ist wirklich sehr, sehr viel offen. Und Windmühlen ist mit der höchste Punkt auf der gesamten Karte. Von diesem Punkt aus kann man in das gegnerische Akku gucken. Man kann in das fast mittlere Akku reingucken. Nicht ganz, aber man sieht zumindest die Zufahrtsstraße. Damit, wenn man Windmühlen eingenommen hat, kann man diese zwei Punkte bekämpfen. Auf der anderen Seite geht es natürlich genauso. Man kann auch hier unten schießen. Und man kann hier auf die Zufahrtsstraße schießen. Ihr seht, es sind quasi für beide Teams jeweils vier Caps easy zu bespielen, wenn man Windmühlen hat. Deswegen wird es da wirklich einen Kampf um die Windmühlen geben. Mir wird es vielleicht auch mal ein Airhead geben, um dann die Panzer dort wegzuholen oder wie auch immer. Das wird wahnsinnig interessant. Bei den russischen Panzern bin ich noch nicht ganz so d'accord. Da kenne ich noch nicht jeden einzelnen Namen. Ich gebe mein Bestes. Aber es gibt neue Regeln für diese Sine. Und zwar ist der Panda verboten. Sieht man auch hier. Und eine Ein-Mann-Attelaki. Das heißt, es können nicht drei Spieler an der Artie spielen, sondern nur einer. Was ich relativ gut finde. Wie wird das Ganze kontrolliert? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Es gibt einen sogenannten, jetzt bin ich nicht ganz genau bei Helled Loose drin, aber es gibt quasi ein Punish-System, wenn zwei Leute mit der Artie Kills gemacht haben. Das kann natürlich auch sein, deswegen wird es wahrscheinlich auch keinen Nachlader geben, dass der Nachlader bestraft wird. Das heißt, wirklich nur eine Person ist an der Artie und diese darf nicht getötet werden. Ist das jetzt gut oder schlecht? Meines Erachtens finde ich es schlecht, weil die Teams eingeschränkt werden. Aber es wird versucht, dass das Spiel ein bisschen dynamischer wird. Ich bin gespannt, wie viele Kills am Ende die Artillerie haben wird. Ich bin gespannt. Und es gibt natürlich noch eine weitere Regel. Der Panther ist verboten. Der Panther ist viel zu stark als Panzer. Und deswegen haben sich fast alle Teams darauf geeinigt, dass dieser nicht bespielt werden darf. Das ist natürlich schön, damit sind die Panzerschlachten ausgeglichen und nicht mehr so dominant. Das deutsche Team hat meines Erachtens immer noch mit das beste Loadout. Wobei die russische Seite eigentlich auch sehr, sehr stark ist. Gerade mit der SVT. Allerdings denke ich, dass im Großen und Ganzen trotzdem die Achsenmächte immer noch das stärkste Loadout haben. Deswegen ist das mit den Tanzern zu wichtig. Ich persönlich hoffe natürlich wie immer, dass das kein... Machen wir mal kurz die Striche weg. Dass das hier keine Caps in einer Reihe sind, sondern dass das vielleicht hier ein bisschen eine Dreieckskonstellation oder ein bisschen diagonal das ganze Map bespielt werden kann. Gerade bei Kursk. Große Flanks werden wir wahrscheinlich sehen, wenn irgendein Cap bespielt wird. Es wird wahnsinnig interessant. Der Discord, also der Seasonal Discord, denkt, dass Infamous gewinnt und zwar mit 135 Stimmen zu 11 für PGM. Ich bin eh nicht am Meinung. Ich denke aber leider, dass wir sehr wahrscheinlich eine anderthalb Stundenrunde sehen. Ich hoffe, das Gegenteil. Kursk, wenn man möchte, wenn man wirklich möchte und man gräbt sich ein, kommt da keiner ran. So, die Theorie. Mit dem Bombing Run kann man zwar ein bisschen Schaden anrichten, aber wenn man sich wirklich massiv einklebt, ist das ganz, ganz schwierig, einen Punkt zurückzuerobern. Gerade im Komp-Bereich, weil ja ungefähr jeder weiß, was er tut. Damit werden wir wahrscheinlich einen großen Vorteil sehen für das Team, was als erstes das Mid-Cap einnimmt. Yamki ist mal noch relativ okay zu zurückzuerobern, sage ich mal. Windmühlen ist quasi, also wenn das ein Punkt ist und eigentlich immer das ist eingenommen, wird es extrem schwer zurückzuerobern. Warum? Komplett oben fehlt. Hier ist auch oben fehlt. Hier ist quasi ein kleines Häuschen und hier ist ein Häuschen. Und hier ist sonst nur ein Grabensystem. Und wenn man da oben zwei, drei Panzer platziert, vielleicht noch zwei Packs, noch einen guten Offi hat, der dann wirklich alles rechtzeitig meldet, ist da eigentlich Ruhe. Und dass ein Panzer sich hier hinten langs liegt und von hinten alles wegholt, ist auch äußerst unwahrscheinlich, weil die Teams werden sehr breit aufgestellt spielen. Deswegen schwierig, sagen wir es mal so. Siehst du, das wollte ich noch fragen. Rand A, C, Williams dann rein. Ich frage jetzt mal noch fix im Discord, in welches Team ich da habe. Welches Discord soll ich denn? Ich werde heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit der Admin-Cam zu kämpfen haben. Habe ich lange nicht gemacht. Um genau zu sein, im letzten Seasonal-Finale. Das wird dann noch recht spannend. Jetzt gucke ich. Wir warten aktuell noch auf ein Spiel auf Infamous-Seite und zwei Spieler bei PGM. In der Zeit können wir uns allerdings ein bisschen einfliegen. Ich scheune jetzt einfach mal irgendwo rein. Ich werde den Squatch-Chat noch ausmachen müssen. Audio, Einheit, Null. Nicht, dass mich hier jemand die ganze Zeit voll labert. Wir gehen jetzt mal irgendwo hin. Ich schalte gleich um, keine Angst. Regeln haben wir verstanden. Admin-Cam funktioniert auch, das ist gut. Wunderbar. Ich nehme euch jetzt natürlich mit auf diese tolle Reise über Kurs. Wir sehen das Ganze jetzt nochmal live. Ihr seht also wirklich richtig viel Open Field. Ich will natürlich nichts wiegen. Jetzt hier in diesem Durchgangsbereich wären theoretisch Windmühlen der Spot, was ich extrem witzig fände. Aber ihr seht, das wäre quasi der östliche Punkt sind quasi die paar Häuschen hier. Es gibt ein kleines Grabensystem, wir gehen mal schön nach oben. Ich muss jetzt noch kurz mit der Einstellung spielen. Hier war glaube ich Zoom. Was war denn Zoom? Ah, B, S, D, okay. Nee, war es nicht. Jetzt muss ich nochmal doch kurz das Ding einnehmen. Zoom war Q und E. Ah, genau. So, Geschwindigkeit machen wir ein bisschen höher. Genau. Jetzt sind wir auch wieder drin in der Steuerung. Es gibt hier quasi wirklich nicht viel. Wir betrachten uns mal quasi vom Maprand aus. Das muss verteidigt werden. Es gibt hier ein Grabensystem. Hier ist quasi Open Field, wo man sich nicht wirklich anschleichen kann. Gerade die ganzen guten Spieler, was hier wahrscheinlich alle sein werden, wissen, wie die Einstellungen sind, dass das Getreidefeld ab einer gewissen Reichweite nicht mehr rendert und damit ist nicht mehr viel möglich. In einer Minute geht es dann auch schon los. Yamki sind quasi das kleine Dorf, was hier bespielt werden muss. Man kann aus dem Norden schön über die Kreben reinlaufen, zumindest die Sowjetunion über den Süden. Es ist da wieder sehr viel Open Field. Es ist alles ein Für und Wider. Die Windmühlen wären ganz, ganz essentiell. Und ich wünsche beiden Teams natürlich good luck, have fun. Ein Gegnerteam kann ich nicht schreiben, aber den wünschen wir es einfach per Voice-Chat. Möge der bessere gewinnen. Den können wir noch verfolgen. Das Ganze vom HQ aus. Die Russen haben mit dem U-13 Update natürlich auch ein bisschen was dazu bekommen. An Waffenarsenal, ein paar Molotows. Der Sturmsoldat wurde noch ein bisschen stärker. Die Bazooka ist dazu gekommen. Das heißt, sie haben nicht mehr nur ihr Luftgewehr, womit sie auf den Panzer schießen können. Werden wir natürlich auch auf die Entfernung sehen. Und damit geht Gruppe C los. Jetzt suchen wir natürlich noch kurz Chucky. Dass wir nochmal rein switchen können. Ich habe auch noch Standbild, keine Angst. Wo ist der kleine Chucky? Der Chucky, der ist wo? Chucky werden wir dann wahrscheinlich an der Artie sehen. Da ist mein Chucky. So, wir gehen natürlich in einen Cap, was nicht das letzte ist. Wir sehen Windmühlen. Was mich persönlich sehr, sehr freut. Oh, falsche Richtung. Knapp daneben ist auch vorbei. Die Killcam, beziehungsweise die Killcam, sage ich schon. Wer die meisten Kills hat, funktioniert auch. Das ist wunderbar. Wir gehen uns natürlich schön positionieren über den Windmühlen. Um dort einfach alles sehen zu können. So gehen wir am Maprand. So weit nach hinten wie möglich. Damit wir ein möglichst breites Feld haben. Wir könnten jetzt POV ein bisschen verändern. Und dann geht es los. 1 Minute 40, haben die Jungs noch Zeit. Der Artie ein Baufeld weg. Das heißt, die Jungs können sich wirklich so organisieren, wie sie es brauchen. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Besonders, wie viel Kills die Artie machen wird. Wir haben ja quasi eine Artie, die 24-7 schießen kann. Und ihr wisst genau, wie es aussieht im Publikum, wenn nur eine Artie mal Dauerfeuer auf irgendeinen Punkt macht. Da ist das Geheule extrem groß. Und deswegen wird der Meatcrime auch heute sehr, sehr leiden. Ich bin aber sehr froh, Kurs im professionellen Bereich sehen zu dürfen. Es ist mal was anderes. Sagen wir es mal so. Generell in der ersten Gruppenphase, nenne ich es einfach mal so, oder in der ersten Runde der Gruppenphase, wurden sehr viele komische Maps gepickt. Also in Anführungszeichen komische Maps gepickt. Purple Heartline wurde gespielt, habe ich gesehen. Karkov wurde bespielt. Das sind ungewöhnliche Picks. Gerade die ganzen alteingesessenen Spieler, SME, SMDM, Hill 400, Hürtgenwald. Das sind die Maps, die sie quasi schon immer vorbereitet haben. Deswegen tut es mir ein bisschen leid, dass der Artie-Einbauer rausfällt. Ist schade, aber vollkommen in Ordnung. Regeln sind Regeln. Da hinten brennt es noch. Ach herrje, überall brennt es. 30 Sekunden und ich bin gespannt, welche Fahrtrouten gewählt werden und wer es schafft, irgendwo jemanden rauszusnipen. Wir werden natürlich auch nebenbei auf die Map gucken, um zu schauen, ob irgendjemand es schafft, rausgenommen zu werden. Da fliegen auch schon die ersten Supplies. Und es geht los. Da sind die... Russen ist immer böse gesagt. Da kommt der erste PGM-Truck angefahren. Und da ist er. Der kleine T-34, wenn ich mich nicht höre. Supplies liegen. Da kommen die Infamous-Jungs angefahren. Na. Bisher wurde keiner gesniped. JP-70 ist bereits schon ausgestiegen. Uh. Wo auch immer der hingegangen ist. Es sch... Oh, was geht denn da ab? Holy shit. Eins, zwei, drei Panzer. Äh, Trucks. Der Bar 10 ist da quasi auch unterwegs. Das ist hier der kleine Recon Tank. Das sieht aktuell für Infamous gar nicht so schlecht aus. Per Softcap. Wir fliegen jetzt natürlich langsam ran. Ich habe natürlich gehofft, dass es ein bisschen mehr Boom macht. Was nicht der Fall ist. Der Truck wurde... Also Schnarchers Truck wurde angeschossen. Da hat es auch den einen oder anderen zerfetzt. Das ist nicht schlecht gespielt von PGM. PGM hat mittlerweile die westliche Mühle eingenommen. Um die östliche Mühle wird quasi gekämpft. Truck und sein Team sind quasi dran. Schnarcher ist da. Er sagt, es sind mehr Leute von PGM im Soft- und Hardcamp. Softcap sieht aktuell relativ schlecht aus. Für Infamous. Da hat es einfach umgemacht. Muss man noch ganz kurz, wenn ich was machen. Damit ich nebenbei natürlich sehe, wer hier mehr Kills macht. Natürlich ein beschissenes Timing. Habt ihr recht. Wir gehen jetzt auch zurück. PGM aktuell mit dem stärkeren Saturn. Cyrix liegt am Boden. Gezuppelt liegt im Busch-Tod. Komplett im Famous versucht über den Osten rein zu pushen. Ist auch eine Taktik. Raupe, Bottle, Cookie. Alle Mann sind im Westen. Und Atlanta natürlich mit dem Sniper, mit dem offenen Feld. Das ist einfach wunderschön, was ich hier machen kann. Das ist quasi seine Sicht der Dinge. Da läuft er. Easy Kill. Kann sich hier noch hinter den Fässern verstecken. Wirklich easy Claps. Anderten hat aktuell sechs Kills. Ist auf Platz 1. Sema ist auf Platz 5 mit Schatten. Mit jeweils 5 Kills. Jetzt können wir mal kurz gucken, ob sie sich einen Nachlader getraut haben. Nein. Katuschka kommt auch schon rein. Versucht den Push von den Famous ein bisschen zu unterbinden. Fred und Zoom sind quasi auch schon im Hardcap. Da laufen sie. Jetzt laufen sie von hinten rein. Schafft, Zoom schafft das. Ah. Zoom ist nicht gestolpert. Nein, er wurde angeschossen. Auch wenn es so aussah. Fred. Ja, da braucht man Trigger-Control. Wir sehen da auch mindestens zwei OPs relativ offen und da wird Fred weggeholt. Sargnagel. Natürlich eine undankbare Waffe, die AK-98. Oh. Sieht aktuell sehr, sehr gut aus für PGM. X ist früher bei der Art... Oh, der hat ihn noch getroffen. Sargnagel, ich bin doch am Ende den Zweikampf. X ist auch gleich im Hardcap drin. Wird angeschossen. Überlebt aber. Es ist dumm kämpft, der Hardcap. PGM ist jetzt weiter am Band. Nein, den Famous Cap zurück. Es ist ein langer Kampf um das Hardcap. Dann gucken wir uns mal kurz die Karte an, wie die aktuell aussieht. Die ersten fangen wir natürlich auch schon an Flanks zu laufen. Sollte der Cap durchgehen, kann Frank hier schon eine Angriffs-Garnit bauen. Die werden sich natürlich selbst drauf vorbereiten. Wie sieht es denn hier unten eigentlich aus? Warum hat der mal aktuell mit den meisten Kills? Weil er da mit einem MG fleißig reinhält. Und nicht nur ein MG sind da drin. On-Stage ist auch noch dort mit einem MG. Die Arctic Zone und Shifty versuchen mittlerweile langsam nach vorne zu kämpfen. Im Hardcap sieht es aber nicht schlecht. Auch Cyrix hat es reingeschafft. Was schon mal sehr, sehr wichtig ist. Der erste Offi, der im Hardcap ist. Oder dort länger überlebt hat. Florian ist quasi auch relativ nah. Guck gekämpft im Norden. Was heißt im Norden, im Westen. Scheinbar mit der Arti, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Tim freut sich auch schon. Aber nein, die darf nicht ausgeschaltet werden. Der Cap wird weiter zurückerobert von PGM. Chucky mittlerweile mit elf Kills in den ersten neun Minuten. Nicht mal acht Minuten. Ich kann aktuell noch nicht einzelne Perspektiven zeigen. Ich finde das hier... Gucken wir uns das Ganze mal nochmal von oben an. Captain Fat Bart natürlich auch mit dem MG. MG sind auf der Map A und O. So viel Openfield. Da wird einfach gesprayt. Als gäbe es keinen Morgen. Und hin und wieder siehst du eins, zwei kleine... Die versuchen sich durchzuschleichen wie da Bondl. Aber der wird wahrscheinlich gleich umfallen. Durch... Wo ist er? Atlanta. Weil es halt leider sehr Openfield ist. Da wird der T-34 gepinkt. Vardag liegt am Boden. Bondl macht sich's im Rauch bequem. Gucken wir uns das Hardcap an. Einfach ein Träumchen. Einfach ein Träumchen. Die Artitat weh. Die Artitat weh. Chucky mittlerweile mit 18 Kills doppelt zu viel Platz 2. Das wird... Ich bin gespannt wie viele Kills am Ende werden. Meine Schätzung waren ja irgendwo zwischen 150 und 300 Kills. Auf bestimmten Maps. Kurz kurz jetzt nicht dazu zählen. Aber sowas wie Purple Heart Lane durchaus. Drehmarken sowieso. Aber ich denke, es wird von Chucky hier auch eine knackige 160-Quiz-Runde sehen werden. Marsch tanzt da auch durch. Das Feld wird natürlich vom Panzer weggeholt. Ping knapp ins Nichts. Ah. Berzek tanzt. Oh. Der OP lebt, glaube ich, noch. Der OP lebt noch. Weil der hinter den Fässern platziert ist. Das ist bitter. Kriegt er die zweite Rakete? Nein. Schüsse saßen sehr, sehr gut. Dann kann man sich nicht scheitern. Aber da gibt es halt ein kleines Fass. Aber er lässt nicht mit sich spielen. Er snipet ihn weg. Er weiß jetzt, okay. 20 Sekunden nächster Spawn. Allerdings rechnet er auch mit diesem Spawn. Nein. Pritzak und Gal haben ihn entdeckt. Käpt'n Fettbart kann nur reinhalten. Den Famous hat mittlerweile sehr gut aufgeräumt. Drei Leute machen sich das im LKW-Frag bequem. Sie zieht Skillos. Zack, biegen. Zack, biegen sie doch jedenfalls Skillos. Oh, die. Der pusht dich. Schön. Kult und Gaijin. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Hoffe ich. Gaijin. Er und Kult sind im Kampf um die Windmühle. Er weiß natürlich, dass es da rausschießt. Oder weiß er das? Das ist sein Sichtfeld. Also Pi mal Daumen. In dem Graben sind natürlich noch einige. Er versucht ihn natürlich zu erblicken. Er rennt rein. Kult, 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 Kult. Oh. Ich habe auf ein Knife gehofft. Schade, schade, schade. Allerdings hat Kult jetzt sehr gute Sicht auf den Graben. Und das Cap sieht so aus, als würde das in Famous für sich gewinnen können. Zwei Squads sind bereits auch schon in Verzögerung drin von PGM. Wir wollen ja kein schnelles Doppelcap bekommen. Ai, 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 ai. Nach knapp 11,5 Minuten, abzüglich des Warm-Ups, aber ist ja vollkommen egal, 11,5 Minuten hat es gedauert, das erste Cap einzunehmen. In Famous hat dieses erfolgreich geschafft und ist damit 3 zu 2 in View. Zoom, Zoom pusht den OP. Nimmt den OP. Er checkt ab, ob einer nachspawn, tut er nicht. Allerdings liegt da noch jemand. Au. Na, Baza? Scheinbar neu bei In Famous. Wird auch geholt. Refraken wurde gerade nicht möglich. Allerdings sollte das kein Problem sein, weil dort oben ist keine Spawnmöglichkeit mehr. Guckt natürlich Frieda, er hat es natürlich auch gesehen. Er macht das Ding zu und weiter geht's. Die Web sieht aktuell so aus. Ganz viele OPs und mit Müll, das ist natürlich klar. Die erste Eingriffs-Garnie steht auch schon, eine Verteidigung-Garnie steht nicht wirklich. Wir haben aber quasi ein kleines Backup-System. Wer ist eigentlich Command-Arace, nehme ich an. Jawohl. Und der liebe Frank versucht jetzt natürlich hier hinter, um die Garnie aufzubauen. Sie sind auch schon an Verzögerung dran. So ist es nicht. Na, wenn wir mal sehen, die ersten sind schon im Hardcap. Sind zwar hier Gräben, die es schwierig sind zu übermitteln. Das heißt, zu überqueren. Aber der ein oder andere kriecht hier schon am Boden lang. Hat man auch gegen die Line von den Famous gesehen. Manche machen das Schneckentempo sehr gerne. Auf Kurs bleibt nichts anderes übrig. Man hat eine Pauni-Uniform. Die kann man langsam, aber sicher lang krabbeln. Gucken wir das Ganze aber mal ein bisschen von der anderen Perspektive an. Na, Para. Eins gegen zwei. Schaffst du es? Nein. Das war nichts. Zoom ist mittlerweile auch vorne eingetroffen. Crusader. Ist mit im Graben. Ist eigentlich alle im Graben. Shifty. Wir haben jetzt drei Office in diesem Graben. Crusader läuft los. Crusader schafft es nicht. Man wird Chucky mittlerweile bei 30 Kills. Der nächste ist Strah mit 16. Da kommt danach von Mandalorian mit 16. Wird wahrscheinlich auch deren Arti-Spieler sein. Weiß ich nicht. Ist nur eine Mutmaßung. Kann natürlich auch anders sein. Jetzt ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wer kommt als nächstes in diesen Graben rein. Wer diesen Graben kontrolliert, kontrolliert quasi das Cap. und die Arti von Chucky, die sitzt. Das ist ja wirklich nicht schön. Besonders, weil hier eine Garni steht plus nur P. Und hier wird er hinzielen. Nein. Okay. Kann er nicht wissen. Wenn er zweimal nichts trifft, wird es danach ausgerichtet. Vollkommen normal. Allerdings steigt die Arti auch sehr, sehr knapp mit dem Chip 70 ein. Das ist schwierig. Oh, oh. Oh. Das waren knackige Kills. Das waren knackige Kills. Zoom kämpft sich vor zum Halbkettenfrack und wird weggeholt. Mit Rauch wird hier gearbeitet. Das ist einfach brutal. Das war nichts. Harald. Die Zuppel muss den OP halten. Sonst wird der Angriff deutlich schwieriger. Ja, der schlägt natürlich auch ein. Schöner Hit. Verfolgen jetzt die Zuppel. Natürlich möglichst langsam. Ah. Der rechnet nicht mit weiteren Leuten im Graben. Dann gucken wir kurz Kriegslands zu. Oh. Oh, Mosch. Mosch. Keine Chance beim Treffen oder kein Zielwasser. Gleich ist es auch schon zu spät. Allerdings ist das nicht schlimm. Kriegsland macht hier einen schönen Doppelkill. Er ahnt natürlich, dass irgendwo der OP ist. Er ist scheinbar ein bisschen weiter hinten und hat den Graben zurückerobert. Er sieht allerdings nicht diesen OP dort. Blind von Kriegslands. Mosch mit der Möglichkeit zum Refact. Nein, er ist bei der zweiten Kugel. Er hat einen Warnschuss abgegeben. Das ist ja freundlich von ihm. Allerdings musste er ihn erledigen. Zoom hat sich wieder hervorragend, also was heißt wieder, ist schon wieder in einer super Position. Hat sich nach vorne gekämpft. Hat hier quasi auch einen minimalen Schutz vor der Artie. Besser als gar keinen. Und jetzt gleiten wir Zoom auf seinen spektakulären Siegeszug durch den Graben. Holt sich Stark und die Artie holt sich Zoom. Okay. Wie sieht es denn mittlerweile auf der Minimap aus? Das Charlie und Mike Squad versucht natürlich über den Westen rein zu pushen. Süden wird auch leicht versucht. Frank versucht sich immer noch mit dem Walk drumherum. Wird natürlich auch abgekämmt. Die Tanks haben sich nahe Windmühlen positioniert. Tatsächlich ein bisschen hinter den Windmühlen. Nächster Tank fährt langsam nach vorne. Twilight und Kriegsland sind wieder nach vorne pushen. Zoom spawnt noch. Holt der Ajari weg. Mosh halt mit leichten Schwierigkeiten beim Treffen. Die Daten-Aid holt Mosh Crusader gleich mit Zoom gemeinsam. Der ist ganz ganz wichtig dieser Graben. Der ist ganz ganz wichtig. Crusader fleißig am Rennen. Da kommt die PPSH. Die macht keinen Spaß. Zoom versuchst jetzt mit einer Nate. Die Nate die kommt nicht schlecht aber auch nicht gut. Einen Ticken zu lang. Einen Ticken zu lang. Und ein Kill. Einen Ticken zu lang. Da kommt die Gegend-Nate. Merkt er natürlich oder hört man es. Mr. Pink, Nero und Shift die haben den Graben im Südwest wieder erobert. Belgische Tore und Raps auf Mühlen. Jetzt wird es interessant. Das Konstrukt gucken wir uns dann gleich an. Ich ahne was kommt. Jetzt weiß natürlich Archie dass da einer auf dem Boden liegt. Ja mit der PPSH wird sie na sogar mit der Granade. Die Nate fliegt sieht sie diese Nate. Nein gespürt hat das allemal. Mosch kommt mit zu lang gepusht das können wir noch kurz abwarten. Der erste Bombing-One. Ja einfach schön. Wasch langsam vorpushen. Kann natürlich sein dass er einen Loadout-Bug hat. Ist heute leider sehr sehr viel der Fall. Ist schade. Ist aber so. Chucky mittlerweile mit 63 Kills. Die Runde geht nicht mal 19 Minuten. Der zweitplatzierte also der hat mit den zweitmeisten Kills ist Mandalorian mit 21 Kills. Das ist super. Einfach brutal Flieder. Kynogen spricht mir nichts aus. Weiß ich nicht. Reden wir nicht drüber. Auch langsam am Vorpushen. Para schon eingraben weiter. Ist natürlich eine sehr geile Flankmöglichkeit. Wird wahrscheinlich auf den OP gewartet. Der OP sitzt. Wir bekleiden jetzt Para auf seinen Krabbelmarsch durch den Graben. Hat er sich aufgedacht. Ach scheiß drauf. Kein Bock. Es wird mittlerweile gecapt. Verzögerung mittlerweile in den Armen oder in den Schlingen von Infamous. PGM kann noch sehr sehr gut dagegen halten. Gut. Wenn hier nicht so viel passiert dann gehen wir natürlich hier fix zu Nero und Shifty. Danach gucken wir uns mal die Map an. Dark holt Nero und ein Held in der Hand ist natürlich unwünstig. Kleinen Sicherheitspunker Shifty aimt ab. Shifty pusht. Hat holt ein und wird geholt. Okay schade wir gucken uns mal in der Zeit den Westen an wie der Westen aussieht. Der Westen wird würde ich sagen dominiert von Infamous. Zwei gegen Null. Gucke ich mir mit einem ich hab leichten schlupfen tut mir leid. Mit einem leichten Flank. Huba Huba hinten. Und dann gucken wir uns mal was die Jungs auf Mühlen aufbauen. Beziehungsweise Windmühlen. Woltenbergische Tore und Trap Stations. Taktiha Apoch und Mansory im Tank. Und in diesen Tank sind Marsley Ope und Holtzpear oder OP. Ope 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 Ich nenne ich jetzt Ope und auf was zielt er gerade. Was wir vorhin kurz in der Erklärung besprochen haben es kann einfach ins HQ geguckt werden. Das ist halt eine so starke Position essentiell für Kurs. Infamous ist auch schon am Cap'n. Ich würde gerne zurückfliegen ich warte noch die nächste Shell up. Ich warte nicht die nächste Shell up ich werde es gleich bereuen aber ist vollkommen in Ordnung. Nero Mr. Pink Killer Mosch Wer ist in dir Mosch? Tim ist in dir Zoom und so weiter im Hardcap das Hardcap sieht auch sehr sehr stark aus sie haben es geschafft 1 2 3 4 Ops 5 Ops 4 Ops in unmittelbarer Nähe plus 2 Ops die noch sehr nah sind aber also meines Erachtens ist das Ding fast durch für Verzögerung Pizza kämpft noch gegen läuft durch Nero kümmert sich drum und Verzögerung ist auch gleich Geschichte wir sehen da noch einen kleinen Mann der ist aber bereits auch schon die Nate hat weh die war sehr sehr stark er war allerdings was ich sagen wollte markiert Markierung ist auch schon weg Hooligan am Pushen Verzögerung mittlerweile eingenommen von den Famous und jetzt geht es an den letzten Punkt Artillerie Position ein sehr offenes Feld spielt natürlich in Famous in die Karten sie können mit ihrem Panzer dort unterstützen die Panzer müssen sich keinen Millimeter mehr bewegen außer zum reparieren im Osten ist es sehr ruhig sehr ruhig jetzt geht es natürlich komplett nach auf die andere Seite wo Cookie sich vorhin schon niedergelassen hat wenn er es schafft hier gleich eine Garni zu bauen hier oder da oder da es wird auf jeden Fall im Graben passieren ist der Angriff quasi schon wieder gestartet was hier allerdings das Problem ist wir gehen mal kurz in die höhere Position ihr seht alles open field mit 1 2 kleinen Gräben da ist noch ein größerer und hier ist noch ein kleines Eck Cookie holt sich Huba Buba kein Kaugummi Fan ok eher der Cookie Fan und sonst ist da nichts und das ist gut und schlecht allerdings gut für den Famous weil die Panzer stehen da und die müssen nur reinhalten nichts weiter klar kriegen sowas ab aber Rep Stations haben sogar noch 2 Pios die reparieren das ist natürlich stark aufs Tank Gameplay ausgelegt vollkommen schön vollkommen geil bin ich gespannt ob nochmal jemand gegenpinken wird ich weiß nicht ob das eine Generalprobe ist für die Tanks bei den Famous da möchte ich kein Urteil erlauben aber bisher sieht es relativ gut aus was ebenfalls gut aussieht ist Chucky mit 71 Kills 71 Kills nicht mal 24 Minuten der zweitplatzierte Mandalorian mit 31 Kills das ist mittlerweile doppelt zu viel ich gehe mal kurz an die Artie nur damit ich weiß das ist wirklich ja es ist der andere Artie Schütze unfassbar unfassbar Chucky weiß wo er die Artie hin positionieren muss ich denke dass wir jetzt tatsächlich hier ein bisschen im Osten mit hantieren äh im Westen Entschuldigung wie sie sich hier langsam aber sicher nach vorne pushen Berserk wieder in der in der Sicherheit eines Busches guckt natürlich ob da jemand spawnt ist ein wichtiger Winkel sie wissen dass da irgendwo ständig jemand herkommt sie wissen nicht dass es das Regen Team ist wieder hinter einem Frack relativ schwierig zu holen der Schuss sitzt allerdings und er weiß oder er kann jetzt zumindest einordnen der ist da lange laufen entweder an diesem Busch oder dort wenn er den jetzt Sporn gesehen hat und nicht vom MG weggeholt wird könnte er mit seiner Rocket Atlanta holen die Rocket ist draußen ein Ticken zu weit allerdings wurde er geholt Schade an dieser Stelle das wird hier noch ein langes Unterfangen ich wünsche euch viel Glück wir gucken uns in der Zeit mal die Mitte der Map an die Karte sieht aktuell so aus wir hören natürlich eine Karte kurz dahinter eine Backup gar nicht hier hinten wurden alle drei weggerissen um natürlich Platz für neue zu machen wir haben Stand jetzt hier gar nichts auf der Map weitere sind sicherlich geplant ich kann mir durchaus hier eine vorstellen sollte auch ungefähr passen von der Entfernung und Frank ist schon fleißig am flanken wenn er schafft sich irgendwo hier hin zu positionieren kann der Angriff auch schneller gehen als man denkt PGM allerdings gibt nicht kampflos auf ist auch quasi schon mit einem Spot wieder in Verzögerung drin Pizarag und keine Ahnung wie ich dich aussprechen soll und gell sind auch fleißig am tracken die Nate sitzt wahrscheinlich von Zoom sehr sehr stark und jetzt wird langsam aber sicher nach vorne gepusht Para mittlerweile auch schon fast im HQ angekommen muss nicht verteidigt werden Arti Schütze darf nicht angefasst werden na siehst genau umlaufen macht sich bestimmt im Haus bequem nein hatte gar nie gehört baut diese natürlich ab Commander ist am Rennen nicht meine Garni nicht meine vorletzte Garni und und Moisex ja anders kann man nicht aussprechen Hara weiß natürlich oh da ist jemand da ist jemand Schwierigkeiten über den Zaun zu kommen Commander versucht natürlich immer so wenig Todzeit wie möglich zu haben jetzt jetzt werden noch Pucks oben in Mühle aufgestellt um wirklich das obere Kuh von denen einfach komplett zu bespammen 3 Tiger habe ich glaube ich von es gelesen dann noch 1 2 Pucks das macht wirklich pro Sekunde dann bin 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 nicht schön für PGM für Infamous um zu schöner hat jetzt nicht mehr ganz so viele Kills gefahren liegt aber daran dass die Artie nicht weiter geht als hier und wo soll er aktuell hinschießen aber 72 Kills sind dennoch extrem gut hat die neue gar nicht steht Parra tanzt immer noch ums Haus drum rum gut dauert mir zu lange gucken wir uns mal an was mittlerweile der Westen macht Captain Fettbart macht sich gut MG bequem Supreme ebenfalls Berzek dahinter weiter voran sind sie noch nicht gekommen ist auch für beide Seiten schwierig voranzukommen da hat es gerade Bum gemacht ein sehr sehr guter Treffer jetzt seht ihr mal wovon wir vor uns gesprochen haben da sitzt jetzt permanent einer drauf und repariert oder er wartet auf einen Panzer ich denke dass er nebenbei reparieren wird aber alles was hier spawnt macht eigentlich Puff sie haben diesen kleinen Graben der an Sicherheit ist und ab hier macht es Puff dass die Pack noch nicht explodiert das wundert mich wurde wahrscheinlich gerade aufgebaut wird aber nicht lange dauern bis es klatscht schädig ist die Pack schon und da sie auch schon zerstört PGM gibt natürlich alles aber das ist halt das Problem wenn einer Wind in Kursk die Panzerfahrer fähig sind das ist natürlich ein wichtiger Hinweis den man an dieser Stelle geben muss ist das Spiel eigentlich schon sehr stark gegeben aber da kam der Refrag der hat bumm gemacht was hat bumm gemacht eine Pack jetzt nicht so schlimm Tanks bewegen sich nicht von hier hinten weg was haben wir denn hier aktuell stehen wir haben drei Rep Stations zwei Tiger haben wir noch einen Tiger der unterwegs ist wir haben noch einen Tiger der unterwegs ist gehe ich zumindest stark von aus ja und wird sich auf Windmühlen bequem gemacht drei Rep Stations das ist natürlich schön hier haben sie ein paar pelkische Tore aufgebaut um die Schüssel zu blocken ist natürlich eine interessante Konstruktion ich hätte jetzt irgendwie gedacht dass sie sich auf das Haus klitschen die mal hoch fährt aber ist okay oder auf das Haus aber um Schüssel zu blocken ist natürlich auch sehr sehr clever da wurde sich Gedanken gemacht hier im Westen kommt PGM scheinbar besser voran als Infamous nach einer halben Stunde mittlerweile noch mit einem Squad hier oben Captain Fat Marder mit dem MG der wird jetzt nicht so viel ausschalten können Ah Ölfeuer kleiner Rambo holt Archi ein Graben weiter ist bereits Cyrix war Cyrix OP steht noch also alles gut jetzt hat natürlich den Vorteil Mandorian an seiner Artie Chucky ist immer nur noch bei 75 Kills er kann ja nichts mehr beschießen theoretisch könnte aktuell sogar aussteigen hier vorne einfach bei Mike mit reinspawn apropos Mike ach das seid ihr ist fast im Hardcap fast sie müssten nur in Anführungszeichen nur über diesen Graben das war ziemlich close hier rüber kommen aber das ist eine Sache der viel Glück das sind wie viele Leute 1 2 3 4 5 6 7 8 die alle grob in diese Richtung gucken plus der ein oder andere Tank verschaffen uns mal insgesamt noch einen Überblick para versuchst es mit dem weiten Flank gehen auch schon Richtung HQ HQ darf abgefarmt werden meines Erachtens allerdings nicht die Artie sollte er allerdings die Artie verlassen schwierig wenn er nicht an der Artie ist kann es ganz schnell bumm machen und zwar nicht für den Töter sondern für ihn und er muss dann erst wieder an die Artie kommen und wieder nicht angegriffen werden theoretisch wenn er die Artie verlässt die darf auch nicht blockiert werden also man kann sich nicht oben drauf legen aber das sollte er hoffentlich nicht tun er richtet es gerade aus wahrscheinlich mit der App im Hintergrund das russische die russische Artillerie sowieso ein bisschen anders zu spielen als alle anderen die Berechnung anders von Paras sieht zumindest sehr sehr gut aus Famous quasi wirklich im Mitaku dran am Hardcap Rand auch schon außer Tim Tim ist drin in Famous ist fast komplett drin sie haben sie über den Westen geschafft kaum bin ich bis hin im Mitaku geht hier oben schon wieder ab ist das jetzt spielerisches Köln ist es der Klassenvorteil ich denke weins Famous hat natürlich sehr sehr gute Spiele hat auch schon einige Turniere gewonnen Tim wenn er die gar nicht sieht und die Rocket benutzt könnte es ganz böse aussehen Mr. Pink Deck Tim Tim traut sich aber irgendwie nicht so recht zu kuscheln lädt erstmal nach auch wichtig Chucky nur noch mit 75 also immer noch mit 75 Kills aktuell Handlung ist unfähig da fliegt die Nate bei ihm rein das war stark Sirex kann passieren weil wir vielleicht die andere Nate werfen das wäre die Chance für Tim gewesen die Garni rauszunehmen und wäre diese Garni weg wären sie am Cap sehr wahrscheinlich aber Bond will sie oben im Graben das war ein bisschen sehr schnell das ist natürlich auch einen wichtigen Winkel wenn sie da hinkommen wenn sie Gerberus holen jetzt weiß ich nicht ob sie Nades reinwerfen da Nebel klar 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 auch langsam vorpushen es wird um den Nebel drum rum gespielt Sirex mit einem offenen OP mal hier sehen versteckt im Feld verdammt Gras Wasser pusht langsam aber sicher und es scheinbar an diesem Dreck kaufen hängen geblieben immer ein riesen Nachteil auch auf Stalingrad kleiner Dreck kaufen eine beschissene Hitbox an passiert passiert Panzer helfen jetzt natürlich hier Chip holt den OP von Crusader mit ein paar Panic Schüssen Sirex OP fällt auch durch Fox Fox Sly geht hat Zeit noch erstmal eine Pause im Gebüsch erstmal wissen wo die Leute herschießen ok wir wissen das sind 1-2 Leute Sargnagel hat ihn wahrscheinlich gehört Sargnagel holt immer wichtig solche Schüsse müssen sitzen Crusader zerfetzt von einer Granate Para mittlerweile ganz im Westen das ist natürlich interessant wenn er hier eine Garni hinbekommen sollte was sehr wahrscheinlich ist weil weit und breit keiner ist die Garni sitzt Blenders oder Blender ist einer der wenigen der es eventuell gesehen hat Garni stand jetzt ist frei Para läuft rüber ganz wichtig ihn jetzt zu holen Para wird angeschossen Para tanzt Para stirbt Pima dauern noch 20 Sekunden bis der Spawn von Infamous durchgehen könnte allerdings wird die Garni mittlerweile geschlossen sein und damit ist dieser hervorragende Flank noch nicht sinnlos gewesen die Frage ist finden sie oder suchen sie überhaupt die Garni kann mir durchaus vorstellen ich hab den scheiß drauf weiter geht's denn das dürftet die aber sehen hat die Garni gespottet eigentlich müsst ihr wissen dass sie dann gesperrt ist durch ihn vermutet allerdings ist wahrscheinlich noch ein OP der Bombing Run sitzt auch hervorragend von Raisin denn das holt sich die Garni damit für uns relativ uninteressant hier zu bleiben und es wird angekämpft in Infamous gucken wir uns kurz die Map an es sieht schon sehr blau aus Hardcap per se ist noch keiner drin aber der Softcap ist schon sehr sehr blau hier gibt es noch einen kleinen OP und haben wir die Garni von uns gefunden nein die Garni steht auch noch die Garni ist hier mit einem kleinen OP allerdings wird diese von Sagnagel abgekämpft wurde von Sagnagel abgekämpft Fred weiß natürlich auch links und rechts sind welche Frank und Schmosh mit dem Backstabbing die immer noch knapp daneben Mosh mit der holt den ersten OP raus Garni steht noch fast Fullspawn das waren ein paar gute Kills 75 Kills hat immer noch der liebe Chucky ist damit Platz 1 und diese Arti hat natürlich auch bei den Fames komplett reingeschallert Mandolorian mittlerweile aufgeholt auch bei 50 Kills gerade wenn ich es richtig sehe hat 49 allerdings nicht als Arti ich glaube die nicht vor uns rum tanzen sind ein Panzer ne MG da ist er aktuell Platz 3 sehr sehr stark Cyrex ist an der Garni dran Elf des Caps ist auch schon weg und tatsächlich wahrscheinlich eine 40 Minuten Runde von Infamous Stand jetzt gibt es nochmal sehr sehr stark Spawn Killer hält auch einfach rein und weiter wird gesprayt oh schade 3 Verluste vom Cap ist mittlerweile auch schon rum Hard Cap das Ding ist durch das Ding hat Infamous in knapp unter 40 Minuten gewonnen mehr muss man dazu glaube ich auch nicht sagen mal schön Kurs gesehen zu haben ich glaube bloß nicht ob das andere Teams nochmal Kurs spielen werden zumindest nicht auf der Sowjetunion Seite glaube ich nicht dran ja nochmal Spawn kommt durch aber das sind zu weit weg der Hardcap ist voll da halten zwei MGs rein Florian und Captain Fatbar und eine Rocket von Sargnagel werden sie auch nochmal rein das schöne das gab nochmal ein paar Kills und das Ding ist durch das Ding ist durch wir hätten über 100 Kills bei Chucky gesehen in 40 Minuten allerdings wurden die Caps zu schnell genommen das ist vollkommen in Ordnung wir können jetzt noch jemanden honoren nehmen Chucky hat er fein gemacht 75 Kills Platz 2 Mandalorian mit 51 Kills danach kommt Dra mit 42 Killer mit 36 Skillos mit 36 Mars Mück mit 31 Para mit 29 der Olegan mit 28 Lazy Ribbon mit 26 und auf Platz 10 Captain Fettbart mit 24 sehr sehr stark und damit war es es eigentlich auch schon 40 Minuten runter bumm zack aus Ende die Jungs wollten scheinbar früh ins Bett können sie gerne machen bin ich auch nicht böse drum können jetzt hier noch mal kurz durch scrollen aber viel zu sehen gibt es wahrscheinlich nichts Performance des Servers scheint auch okay gewesen zu sein für PGM natürlich bisschen schlechter das ist immer der Nachteil wenn man nicht den Server bespielt aber einige hatten doch durchaus normalen Ping was sehr schön ist andere leicht erhöht aber durchaus noch spielbar wir reden nicht von dem 400er Ping wir reden von einem sehr soliden 120er Ping das Spiel ist vorbei damit ist wahrscheinlich oder sehr sicher ein Famous auch von der 18 die schwierigste Gruppe ist und muss nächste Woche gegen den ich muss mal kurz ins Discord gucken gegen den Gewinner von Phoenix gegen VLKL also wahrscheinlich gibt es nächste Runde in Gruppe C ein deutsches Match sehr wahrscheinlich prophezei ich einfach mal bei Phoenix gegen oder Infamous gegen Phoenix wird relativ spannend ich hoffe dass wir natürlich dieses Spiel bekommen ich versuche in der Gruppe C zu bleiben damit ich das dann auch zumindest die Leistung der Teams hoffentlich halbwegs einschätzen kann das war's von meiner Seite aus ich wünsche euch noch einen wunderschönen vollen Abend und Tate Lü D lü t t Bis zum nächsten Mal.